Alice, hier ist Jerome. Isabelle und ich nähern uns der Verbandenbasis unter dem Träger. Verstanden, Jerome. Mein Team steht auf Abruf bereit, wenn ihr es braucht. Gut. Wenn der Schild des Trägers unten ist, müssen wir schnellstens mit dem Schwerkraftlift an Bord. Ich brauche dein Team abrufbereit, sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen. Ich gebe euch Deckung, Jerome. Sorgt ihr dafür, dass ihr dorthin kommt. Viel Glück. So, zweiter Abschnitt, nee, erster Abschnitt der Mission nochmal, beziehungsweise zweitem Mal versuchen, die Mission zu schaffen. Achtung, Feindkontakt! Achtung, wir schnutzen ab! Nein, nein, nein! Zum Schwerkraftlift zu gelangen wird nicht ganz so einfach wie gedacht. Jerome, der Funk explodiert gerade förmlich. Die Verbanden sind auf dem Weg. Scharfschützen, hier ist Sergeant Alieri. Die Verbanden haben uns überrascht und Jerome's und Isabel's Pelican auf dem Weg zum Schwerkraftlift abgeschossen. Treffen Sie sie an der Absturzstelle für neue Befehle. Der Feinde gesichtet. So, da kann ich einige, äh, Verbesserungen machen. Oh, yeah! Brauchen Sie mir nicht zweimal zu sagen! Geht klar! Der Feind frisst Kamikaze-Grunts! Schaltet sie aus der Ferne aus! Verrasse die... Verstanden! Wege los! Oh, yeah! Neutralisiere! Wer ist von hohen Truppen? Geht klar! Das Schöne, wenn die Kamikaze-Grunts einfach zehnmal, äh, schneller näher kommen, als du sie aufhalten kannst. Boah! Und du auch... Ne, re, 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 re... Oh mein Gott! Das ist immer, wenn man einmal verkackt hat in der Mission. Das soll man kurz erwähnen. Ich hab die Mission schon mal gemacht, beziehungsweise angefangen und hab versagt. Weil wenn man es später auf YouTube sieht, weiß man das ja nicht. Geht los! Geht klar! Ich kann kaum meine Waffe reißen! Äh, und dann trotzdem durchlaufen. Ich kann kaum meine Waffe halten! Passen Sie auf! Die Verbanden legen getarnte Minen aus. Finden Sie sie und schalten Sie sie aus. Die Verbanden benutzen Tarn-Technologie. Aber Sie haben noch Detektoren, die getarnte Einheiten aufspüren können, nicht wahr? Rück aus! Was haben wir denn da? Jawohl! Ja, hier gibt's Minen. In die bin ich beim ersten Versuch auch ziemlich viel reingelaufen. Das sollte ich vielleicht diesmal nicht machen. Und brauchen Sie mir nicht zweimal zusagen! Oh yeah! Ziel ist ausgeschaltet! Lege los! Bin unterwegs! Lege los! In Bewegung! Rück aus! In Bewegung! Suche das Ziel! Brauchen Sie mir nicht zweimal zusagen! Na komm, Sniper sind alle weg! Räume mal kurz auf! Bestes, Sie nicht mehr einsetzen! Hm. Man kann lustigerweise zwischendurch eigentlich auch speichern. Vielleicht hätte ich das mal machen sollen. Wurde auch im Chat gefragt. Ab und zu gehe ich mal auf den Chat ein hier im Livestream. Aber normalerweise ist das nicht so gedacht. Rück aus! Jawohl! Jawohl! Rück aus! Wähle mir mein Ziel aus! Na komm, spreng die einfach weg! Brauchen Sie mir nicht zweimal zu sagen! Im Visier! Nicht verwenden, gar weg! Oh! Lege los! Mit Volldampf frei, Team! Keine Zeit vergeuden, Leute! Wie weit soll ich denn noch wegrennen von denen, bevor die aufhören, auf mich zu feuern? Gehen wir aus und bringen das schnell hinter uns! Riech die Bomben runter! Oh yeah! Unter Beschuss durch Bodentruppen! Wir haben unsere Befehle! Dem soll ich zu ihr Problemen! Los! 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 Keine Zeit vergeuden, Leute! Oh yeah! Was gibt es denn sonst? Los! Los! Bewegung! Los! 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 Brechen wir auf! Ausrücken! Jawohl, ja! Äh! Auf geht's, Höllenspringer! Brechen wir auf! Ausrücken! Jawohl! Auf geht's, Höllenspringer! Brechen wir auf! Ja! Voll geil, jetzt laufe ich nicht in die Minen rein mit meinen Snipern, sondern verliert ihr wirklich im Kampf! Ausrücken! Ausrücken! Auf geht's, Höllenspringer! Anführerfähigkeit bereit! Brechen wir auf! Leute! Jerome's Pelican ist da vorn abgestürzt! Höllenspringer! Da war wieder ne verdammte Mine! Ah! Und ich dachte, ich könnte heute einen Spartan retten! Schön, euch hier zu haben! Wir brauchen eure Augen, um weitere böse Überraschungen zu entdecken! Liegen wir los! Aber werdet nicht unachtsam! Ich kann kaum meine Waffe halten! Jawohl! In Bewegung! Suche das Ziel! Mein Team hat ordentlich gelitten! Ausrücken! 092 ist bereit! Kontakte! Bogen, gucken wir wollen wir an den Rädern! Das sollte ein Spaziergang werden für uns Höllenspringer! Ich kann kaum meine Waffe halten! Gegner neutralisiert! Bringt die Bomben runter! Jawohl, ja! Mein Team hat ordentlich gelitten! In Bewegung! Ich würde sagen, Blutfontäne! Wenn ich wüsste, dass das keine Blutfontäne war! So, immer schön Augen auf die Einheiten! Anführerfähigkeit bereit! Sparten auf dem Weg! Bin unterwegs! Rück aus! Sparten auf dem Weg! Rück aus! Bin unterwegs! Sparten auf dem Weg! Bin unterwegs! Rück aus! Sparten auf dem Weg! Seeseindliche Streitungen! Bin unterwegs! Achtung! Sparten auf dem Weg! Rück aus! Bin unterwegs! Ganz einfach! Alles klar! So, Minenplatz! In Bewegung! Sie werden es bereuen, an mich geraten zu sein! Räume den Punkt frei! In Bewegung! Rück aus! Und der eine Sniper soll schon mal den Kram freiräumen! Oh, diesmal kommen sie sogar... Ah ne, doch nicht! Sie lassen sich niedermähen! Verstanden! Rück aus! Sparten auf dem Weg! Bin unterwegs! Wir müssen uns um die Verbandenbasis zwischen uns und dem Schwerkraftlift kümmern. Captain, wir brauchen Verstärkung, um uns im Aufzug durchzukämpfen. Danke für die Hilfe, Sir. Rückt aus. Der Verbandenfunkverkehr nimmt zu, Jerome. Da kommen die Kroliaks. Die wissen, dass wir da sind. Ihr habt es über gehört. Bereiten wir uns vor. Ohne die Basisgeber... Aber vielleicht gibt es ja eine und ich kenne sie noch nicht. So, Controller. Ja, super. Maus-Tastatursteuerung. Ansehen ändern. Da haben sie mehr Felder eingefügt, als man überhaupt braucht. Oder, mir werden die gerade nicht angezeigt. Wahrscheinlich Fehler in der Anzeige. Drehen, zoomen, links ziehen, rein zoomen. Nächste Armee, letzter Alarm, Blitzmodus, Sammelpunkt festlegen, Karte pingen, nächster Held, Kontrollzonen wechseln, Kamera setzen. Ja, man kann übrigens auch Kamerapunkte machen, wo man dann hinspringen kann. Ist ja, glaube ich, bei StarCraft auch so, dass sowas geht. Und so, Gruppe 3 erstellen, 4, 7. Gehe zu Ort 1. Gehe zu Ort 2. Da, übrigens, die Radial-Slots. Hier drin kannst du sehen, welchen du klicken müssen. Zum Beispiel Radial-Slot, zweiter von oben in der Reihe, ist R. F wäre der dritte Platz, C, ne, V, der vierte, C, da habe ich mich einfach gefragt, warum macht man das so? Auch schon, als ich in München war und das gespielt hatte. Eingabe-Textbox zur Zugangserleichterung. Was auch immer das bedeuten mag. Jack Rabbit, Aufklärer. Sehr schnell. Gegen Eroberung. Was auch immer Gegen Eroberung bedeutet. Ach, Gegen Eroberung. Gegen Eroberung? Wir haben unsere Befehle. Marines! Radiere eben die Feinde aus. Alles klar. In Bewegung. Marines melden sich zum Dienst. Anführerfähigkeit bereit. Nicht zu hängen lassen, Marines. Na los. Genau, warum machst du so ein trauriges Gesicht? Weil ich ein Pferd bin. Marines melden sich zum Dienst. Sammelpunkt festgelegt. Feinde gesichtet, komm. Marines melden sich zum Dienst. Rücken aus. Rücken aus. Im Laufrecht. Noch ein wenig Lippen. Achtung. Ich bin schon ganz heiß darauf, die bösen Jungs zu jagen. Wir haben unsere Befehle. Jawohl. Perfektes Wetter für die Jagd. So, rein da. Wo bleibt der nächste Scharfschütze? Da ist er. Geh mal ein paar neue Ricks ausprobieren. Bin unterwegs. Rück aus. Äh, die müssen jetzt eben warten. Rück aus. Sparken auf dem Weg. Ich setze mich gar nicht. Anführerpunkt erhalten. So. Schnelles Erreichen des Veteranen-Status. Du schließt mal mit den Truppen hier auf. Dann kannst du die Augen für die sein. Währenddessen versuchen wir, die weiteren Infanterie-Upgrades zu machen. Und das Nachschubdepot können wir auch mal upgraden. Sparken auf dem Weg. In Bewegung. Wir laufen mit. Rücken aus. Nachschub-Modul-Upgrade abgeschlossen. Sie werden es bereuen, an mich geraten zu sein. Rück aus. Radiere eben die Fallen da aus. In Bewegung. Vor allem geil, dass der Sniper Sachen enttarnen kann. Und der Sniper steht immer ganz hinten. Rück aus. Sparken auf dem Weg. Bin unterwegs. Infanterie-Level 1 erforscht. Zurück, zurück. Wir müssen auch hier unten. Ich bin unterwegs. Damit die Sniper uns unterstützen können mit dem Angriff auf den Warlord. Rück aus. Mein Hammer wird das letzte sein, was du hier sehen wirst. Dafür wirst du bösen. OAST bereit. Sag mir einfach, wo der Feind steckt. Alles klar. Meine Einheiten sind bereit zum Loslegen. Höhlenspringer bereit. Wir haben unsere Befehle. Wollt ihr mich zu Torekitzel? Nein, deshalb töten wir dich jetzt. Bin unterwegs. Sparken auf dem Weg. Mein Team hat ordentlich gelitten. Wir werden es bereuen. Oh, dein Team ist eigentlich auch schon tot. Oh, da ist kein Sniper mehr dabei. Also erst mal zurück. Sammelpunkt festgelegt. Oh, da ist das? Wir haben das in Kaffee. Wir haben das in Kaffee. Ausrücken, Marines. Es wird für die Jagd. In Bewegung. Wasser bleiben. Habe gerade keinen Gehör. Rück aus. Oh, da ist der Sniper schon wieder tot. Aber ich will jetzt auch keinen Sniper da abziehen. So, da kommt doch einer. Oh, den habe ich glaube ich letztes Mal nicht aufgesammelt, oder? Egal. Jetzt haben wir ihn. Ich bin unter der Erde. Rück aus. Spartan auf dem Weg. In Bewegung, in Bewegung. Rück aus. Anführerfähigkeit bereit. Habe Feinde gesichtet. Ich bin unterwegs. Rück aus. Ich bin unterwegs. Parken auf dem Weg. Rück aus. Minen. Sie werden es bereuen, an mich geraten zu sein. Erhalten und verstanden. Rück aus. Im Laubfritt. Im Laubfritt. Marines melden sich zum Dienst. Nicht so hängen lassen, Marines. Ich wollte immer noch ein paar neue Tricks ausprobieren. Marines melden sich zum Dienst. Marines. Gegner erledigt. In Bewegung. Spartan auf dem Weg. Rück aus. Rück aus. Rück aus. Anführerpunkt erhalten. Ja, die. Sparten auf dem Weg. Um Herzen. In Bewegung. Damit die Artilern die Ziele haben. 吐. Auf der Weg. Sprach. Auf der Weg. Los. Sparten auf dem Weg. In fairness. Wir sind. Wir sind. Damit die Artilern die Ziele haben. Wir sind unterwegs. Rück aus. Sparten auf dem Weg. Erfalt. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Ist hier oben noch irgendwas? 9. So, rein da. So, halt euch. Währenddessen nehmen die die Basis schon unter Beschuss. 092 ist bereit. Verstanden. Verstanden. Rattiere eben die Feinde auf. Beziele gesichtet, durchladen und entsichern Marines. Ah, verdammt. Kurz war der leer. Egal. Meine Einheiten sind bereit zum Loslegen. Bewegung, los, los. Gegner erledigt. Knallt sie ab, Hellenspringer. Jawohl. Oh, die Hellenspringer-Stimme kenne ich aber auch irgendwo her. Also, die Synchronsprecherin kommt mir sehr bekannt vor. Warum Beute Luftverteidigungseinheiten? Leichte Beute, Hellenspringer. Also genießt es. Hellenspringer bereit. Los, los, los. Verwägung. Gute Arbeit, Leute. Keine Zeit verweilen. Käpt'n, die Verbandenbasis ist erledigt. Jerome, zum Schwerkraftlift, bevor ich es mir anders überlege. 9.2 ist bereit. So, das ist der erste Teil der Mission. So gut wie erledigt. Rück aus. Spartan auf dem Weg. Spartan auf dem Weg. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt. So gut wie erledigt.